Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich begrüße Sie zu TV Allgäu Nachrichten am Dienstag. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Palliativmedizin in Kempten. Bundestagsabgeordneter Gerd Müller informiert sich vor Ort. Eine Welt ohne Folter. Im Rathaus Kaufbeuren startet eine Ausstellung von Amnesty International und Refugio München. Und vom Ostallgäu in die ganze Welt. Hübner produziert in Marktoberdorf galvanisierten Kunststoff. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Laut Bundesregierung sollte es ein Herbst der Entscheidungen werden. So stand unter anderem auch eine Gesundheitsreform auf der Agenda. Am 12. November passierte die dann schließlich auch den Deutschen Bundestag. Eine wichtige Weichenstellung der Reform, die Begrenzung der Ausgaben im Gesundheitssystem. Unter anderem soll dabei der Kostenzuwachs in den Krankenhäusern eingeschränkt werden. Heute hat sich der Bundestagsabgeordnete Dr. Gerd Müller im Klinikum Kempten ausführlich die Abteilung für Palliativmedizin angesehen. Meine Kollegen Florian Wackenhut und Manfred Fiener waren dabei und haben auch mal nachgefragt, welche Konsequenzen sich aus der Reform für das Klinikum ergeben. Nicht so steril wie eigentlich im Krankenhaus erwartet, vielmehr dekoriert und ähnlich wie zu Hause. So präsentiert sich die Palliativstation im Kemptner Klinikum. Bei uns ist Heilung nicht mehr das ursprüngliche Thema, sondern bei uns geht es darum, mit den Symptomen, die die Krankheit mit sich bringt, zum Beispiel Schmerz, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, zu leben. Ein Leben zu haben, wo man sagt, ja, ich habe Lebensqualität, ich komme damit zurecht. Das ist unser Ziel. Dafür ist eine angenehme Atmosphäre nötig. Insgesamt sechs Betten stehen in Kempten zur Verfügung, doch damit ist die Kapazität erschöpft. Wir sind weit über die Grenze. Wir haben eine Belegung von über 90 Prozent innerhalb dieses Jahres gehabt, sodass wir eigentlich deutlich mehr Bedarf haben in unserem Einzugsgebiet als Betten zur Verfügung stehen. Auch Geschäftsführer Andreas Ruhland schließt sich dem an. In Zukunft soll die Kapazität auf acht Betten erhöht werden. So das Ziel. Der Bedarf ist da, die Nachfrage ist da und wir müssen natürlich auch langfristig Strukturen schaffen, in denen es unser Personal schaffen kann, auch diesen Mehrbedarf abzudecken. Und da arbeiten wir dran und ich bin auch zuversichtlich, dass wir da perspektivisch eine Lösung finden. Das dürfte allerdings nicht ganz einfach werden. Denn ab dem kommenden Jahr wird durch die Gesundheitsreform auch bei den Kliniken gespart. Die Unterstützung für die Krankenhäuser letztendlich, die im Dezember 2008 beschlossen wurde mit dem Dreieinhalb-Milliarden-Paket, da werden leider viele Dinge jetzt wieder zurückgedreht. Das heißt, die Veränderungsraten, die wir bekommen, um damit Sachkostensteigerungen, Personalkostensteigerungen, Tarifsteigerungen, die den Mitarbeitern ja auch zustehen, finanzieren zu können, werden nochmal deutlich nach unten abgesenkt. Und das bedeutet auf jeden Fall, dass auch wir im Klinikum Kempten letztendlich uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen und damit beschäftigen müssen. Letztendlich sollen die Krankenhäuser in Deutschland einen Beitrag von 500 Millionen Euro im Jahr 2011 und 2012 bringen. Und deshalb wird uns das sicherlich auch treffen. Gerd Müller sieht das naturgemäß anders. Und mit der Gesundheitsreform, das kann man auch mal anders sehen, es kommen im nächsten Jahr 11 Milliarden mehr in das System. Die Reform hat sich nur damit beschäftigt, wo kommt das Geld her. Aber insgesamt wird der nicht zurückgefahren, sondern ausgewertet. 11 Milliarden in Deutschland mehr, nicht weniger. Und im Allgäu sind wir top. Top sei vor allem die Palliativstation im Kemptner Klinikum und deren engagierte Mitarbeiter. Deutlich sprach sich der CSU-Politiker darum für den Erhalt und den Ausbau der Station aus. An der Palliativmedizin wird nicht gespart. Auch im neuen einhäusigen Krankenhaus in Kempten wird es diese Station geben. Im Übrigen ein großartiger Einsatz auch des Personals hier, den ich hervorheben möchte. So scheint die Zukunft der Palliativstation gesichert. Freuen dürfte das vor allem die Patientinnen und Patienten sowie das Klinikpersonal. Zwei Damen haben sich gestern Abend in Bad Wörreshofen in die Haare gekriegt. Eine 22-Jährige war mit ihrem Pkw in der Oststraße unterwegs. Für eine 76-Jährige offensichtlich zu schnell. Denn die bedeutete der jungen Frau, langsamer zu fahren. Daraufhin hielt die 22-Jährige aus Bad Wörreshofen an. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die ältere Dame schlug dann aber mit einer Taschenlampe auf die Autofahrerin ein. Die erlitt dabei leichte Verletzungen. Außerdem schlug die 76-Jährige der jungen Frau das Handy aus der Hand, das dadurch beschädigt wurde. Die Ermittlungen der Polizei laufen, zumal der Schaden mit 600 Euro beziffert wird. Weitere Meldungen aus der Region gibt es gleich in unserem Nachrichtenüberblick. Wir kommen an Landestheater Schwaben. Die Ermittlungen der Polizei Der richtige Rahmen für jede Gelegenheit. Festlich für Ihre Feier Individuell für Ihre Meetings Charmant für Ihren Wochenendurlaub Herzlich Willkommen im Hotel Hirsch Im Herzen Otto Beurens Haben Sie einen Holz- oder Parkettboden, der so oder so aussieht? Wir bringen wieder Glanz in Ihre vier Wände. Rufen Sie uns an. Unsere Fachleute prüfen ihren Boden kostenlos und unverbindlich. Fröhlich Parkett und Bodenbelege. Wir freuen uns auf Sie. Lang Länger Scharf Schärfer Burgers Original Feuerwurst Natürlich vom Grill mit leckerem Tzatziki Jetzt wieder auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Die Feuerwurst Das Original Nur von Burger Alles andere Ist uns wurscht Kompakt am 7. Dezember Das Klausentreiben im Allgäu ist insgesamt ruhig verlaufen. Nur in Sonthofen sind gestern Abend drei Männer festgenommen worden, die ein Messer, einen Schlagstock und eine Motorradkette bei sich hatten. Der Jüngste, ein 16-Jähriger, musste gefesselt werden, weil er sich gegen die Polizeibeamten wehrte. Nachdem die drei wieder entlassen wurden, holten ihn seine Eltern ab. Der Junge flüchtete sofort wieder, kehrte aber von selbst gegen 1 Uhr zur Polizei zurück. Da seine Eltern ihn so spät nicht mehr abholen wollten, blieb er bis zum nächsten Vormittag in Gewahrsam. Der Deutsche Alpenverein spricht sich gegen eine Aussichtsplattform, eine Hängebrücke und eine Seilrutsche an der Alpspitze bei Nesselwang aus. Die touristische Entwicklung im Alpenraum müsse natur- und landschaftsverträglich sein, so der DAV. Das Naturerlebnis müsse im Vordergrund stehen. Deshalb fordert der Verein eine öffentliche Diskussion über das Thema. Diese müsse sich dann vor allem an Naturschutzbelangen orientieren. Nach Angaben des DAV ist direkt am bislang unerschlossenen Alpspitzgipfel eine Aussichtsplattform geplant. Von dort solle eine 80 Meter lange Hängebrücke zum westlichen Nebengipfel führen. Die Seilrutsche soll von der Bergstation zur Mittelstation gehen. Im Unterallgäu sinken zum nächsten Jahr die Müllgebühren. Das hat jetzt der Kreistag in seiner Weihnachtssitzung beschlossen. Zudem dürfen ab Januar Gartenabfälle aus privaten Haushalten bis zu einer Menge von 2 Kubikmetern kostenlos an Kompostieranlagen und den Wertstoffhöfen angeliefert werden. Bislang war nur die kostenlose Anlieferung von einem Kubikmeter möglich. Nach Angaben des Landratsamtes bedeutet die Gebührensenkung, dass beispielsweise alle Haushalte mit einer 80 Liter Restmülltonne nur noch 92,40 Euro statt bisher 104,40 Euro bezahlen müssen. Auch die anderen Restmülltonnen würden zwischen 10,5 und 15 Prozent günstiger. Möglich seien die Gebührensenkungen durch Überschüsse im Abfallhaushalt, die unter anderem durch gute Erlöse beim Verkauf von Wertstoffen zustande kommen. Bei den Kosten für die Biotonnen bleibt indes alles beim Alten. Der Landesbund für Vogelschutz warnt vor Ambrosiasamen im Vogelfutter. Diese sind hoch allergen und oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Deshalb solle man auf die Qualität des Futters achten, so die Vogelschützer. Außerdem sei wichtig, dass die Stelle des Vogelhäuschens trocken und übersichtlich ist. So können potenzielle Feinde der Vögel wie Katzen oder Marder leicht erkannt werden. Die Grobwerke Mindelheim investieren 22 Euro in ein neues Werk. In der chinesischen Hafenstadt Dalian will das Maschinenbauunternehmen in den nächsten drei Jahren eine neue Produktionsstätte errichten. 220 Mitarbeiter sollen dort beschäftigt werden. Doch auch in Mindelheim will man investieren, kündigte das Unternehmen an. Auch dort sollen neue Jobs entstehen. Aufgrund der guten Wirtschaftslage sei die Beschäftigung dort bis Ende 2011 gesichert. Der 16-jährige Lukas Pollmann aus Kempten nimmt Kurs auf die Landespolitik. Die bayerischen Jungliberalen wählten ihn jetzt als Beisitzer in ihren Vorstand. Pollmann ist damit das jüngste Mitglied in der Leitung des Jungliberalen Landesverbands. Er ist zuständig für Organisation und Zielgruppenansprache. Und jetzt noch eine Meldung vom Sport. Die deutschen Curling-Männer sind bei der Curling-EM in der Schweiz weiterhin auf Playoff-Kurs. Gestern Abend besiegte das Team aus Füssen und Oberstdorf die bis dahin ungeschlagenen Dänen deutlich mit 8 zu 2. Heute ging es siegreich weiter für das Team Allgäu. Auch gegen Frankreich hieß es am Morgen 8 zu 2. Damit führt Deutschland zusammen mit Dänemark, der Schweiz und Norwegen die Tabelle an. Die besten vier Teams kommen ins Playoff-Halbfinale. Und jetzt haben wir noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage für Sie. Höfler Solar in Buchlohe. Der Photovoltaik-Spezialist im Allgäu. Informieren Sie sich. www.höfler-solar.de Die Nacht zum Mittwoch ist vielerorts bewölkt. Im gesamten Sendegebiet kann es zu Regen kommen. Die Werte liegen bei 3 Grad. Morgen Vormittag ist es zunächst noch freundlich. Nur vereinzelt ziehen Wolken auf. Dabei herrschen rund 2 Grad. Am Nachmittag bleibt es bei Temperaturen bis zu 8 Grad sehr mild, bevor am Abend wieder Regen und ein starker Wind aufziehen. Am Donnerstag kommt es zu einem Temperatursturz und es wird mit Werten um den Gefrierpunkt wieder kälter. Im gesamten Allgäu fällt Schnee. Der Beginn des Wochenendes wird wechselhaft. Am Samstag mischt sich im Unterallgäu noch Schnee unter den Regen. Die Temperaturen steigen wieder auf etwa 3 Grad. Im Rathaus Kaufbeuren wurde gestern Abend die Ausstellung Für eine Welt ohne Folter eröffnet. Die Ausstellungsstücke wurden bereits 1995 von Amnesty International Ulm in Zusammenarbeit mit dem Behandlungszentrum für Folteropfer in Ulm gestaltet. Die Veranstaltung wurde von der Amnesty International Gruppe Kaufbeuren in die Stadt geholt, um über Ursachen, Formen und Folgen der Folter zu informieren. Martina Herz und Manfred Fiener waren bei der Eröffnung dabei. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so lautet der erste Satz des deutschen Grundgesetzes. In anderen Ländern gilt dieser Satz oftmals nicht. Das zeigte sich gestern Abend bei der Eröffnung der Ausstellung für eine Welt ohne Folter im Rathaus Kaufbeuren. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Amnesty International Gruppe Kaufbeuren und Refugio München, einem Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer. Annika Malander, Vertreterin von Refugio München, erklärte den Anwesenden dann auch, was Folter bewirkt. Die Leute, die zu uns kommen, die leiden unter Albträumen, unter Schlaflosigkeit. Sie sind überreizt. Sie haben die Angst, also große Angst- und Panikattacken. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Symptomen. Und wenn sie zu uns kommen, sagen sie meistens, ich möchte wieder so werden wie früher. Ihre Klienten werden meist von anderen Einrichtungen überwiesen. In einem Gespräch wird dann erstmal versucht herauszufinden, was genau passiert ist. Das ist oftmals nicht so einfach, denn die Flüchtlinge sprechen fast immer kein Deutsch. Hinzu kommt die Traumatisierung. Die haben ja Gewalt erfahren, die von anderen Menschen ausgeübt worden ist. Und das ist ja nochmal heftiger, als wenn sie einen schweren Unfall hatten oder das war eine Naturkatastrophe, weil so das Vertrauen in die Mitmenschen, in die ganze mitmenschliche Beziehung zerstört worden ist. Und sie haben auch ganz große Scham- und Schuldgefühle, weil ihnen sowas passiert ist oder weil sie dann ihre Familie oder Freunde nicht schützen konnten. In ihren Heimatländern ist eine Therapie meist nicht möglich. Entweder gibt es keine entsprechende Einrichtung oder die behandelnden Ärzte werden selbst verfolgt. Ähnlich verhält es sich auch mit strafrechtlichen Sanktionen. Strafrechtliche Verfolgung von Folter ist ein heißes Thema. Also es gibt ja kaum Geschichten. Also Türkei hat ja inzwischen wohl zugesagt, dass sie das im Land dann verfolgen werden. Aber ansonsten kann man auf große Prozesse hinweisen in Den Haag. Also Ruanda war dort, dann ging es ja auch um Völkermord. Bosnien war dort. Sonst in den einzelnen Ländern, denke ich, wird da viel einfach vernachlässigt. Auch Afghanistan oder Irak gibt es keine Anklagen. Finanziert wird Refugio München zur Hälfte durch Stiftungen und Spenden. Die andere Hälfte kommt aus öffentlichen Geldern. So zum Beispiel von der Stadt München, dem Bezirk Oberbayern, der EU und der UNO. Dadurch ist es möglich, zusammen mit Amnesty International weiter daran zu arbeiten, Licht ins Dunkel zu bringen. Noch bis zum 17. Dezember kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten im Rathaus Kaufbeuren besucht werden. In der Regel öffnet das um 8 Uhr. Ja und von der Ausstellung in Kaufbeuren jetzt zu einer in Lindau. Nur mit dem Unterschied, dass die noch nicht begonnen hat. Trotzdem wirft die Sonderausstellung mit Werken von Pablo Picasso ihre Schatten voraus. Zum 130. Geburtstag des spanischen Künstlers ist es der Stadt Lindau gelungen, mehr als drei Dutzend Zeichnungen an den Bodensee zu holen. Vom 1. April an sind die Originale im Stadtmuseum Lindau zu sehen. Einige werden erstmals in der Weltöffentlichkeit zu sehen sein, bevor sie im Anschluss an die Ausstellung in Lindau in die USA weiterziehen. Dort sind sie dann in der Frick Collection New York und in der National Gallery in Washington zu sehen. Jetzt gibt es nochmal Werbung und dann schauen wir uns im Rahmen unserer Wirtschaftsreihe hinter den Kulissen des Magdoberdorfer Familienunternehmens Hübner um. Hallo, guten Abend. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekundenlasig. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Mediamarkt Ja, der Wunsch hätte mir eine Freundin. Schau mal. Fußmassage. Kuscheln. Was selbst gemachtet. Nee. Überrascht die. Die bekommt was selbst gekostet. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Für mehr Komfort und für ein gutes Gefühl. Individuelle Sporteinlagen für Jogger, Radfahrer, Wanderer und viele mehr. Dazu die passenden Sportsocken. Durchblutungsfördernd oder muskelstabilisierend. Drescher und Lung. Und ich fühle mich wohl. Von der Konzeption bis zur Erfüllung Ihrer Küchenträume. Wir machen Ihre Wünsche wahr. Unser kompetentes Team erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche. So habe ich mir das vorgestellt. Eine Küche aus der Allgäuer Küchenwelt. Die größte ABBA-Show aller Zeiten kommt nach Bayern. ABBA The Show. Die perfekte Illusion. Am 21. Januar in der Bigbox Kempten. Infos unter www.ababashow.de Was haben Modeschmuck, der Lautstärkeregler am Autoradio und die Toilettenspültaste gemeinsam? In vielen Fällen galvanisierten Kunststoff. Heißt, es sieht aus wie Metall, ist aber aus Kunststoff. Der erste Betrieb Deutschlands, der Kunststoff galvanisiert hat, war Hübner in Marktoberdorf. Ursprünglich konnte so der Bereich Modeschmuck ausgebaut werden. Mittlerweile macht der aber nur noch 5% des Geschäfts aus. 95% stellt der technische Bereich dar. Wir haben das Familienunternehmen in Marktoberdorf besucht. Der Wirtschaftsbericht präsentiert von Glas Trösch. Glas Trösch in Kempten im Allmai. Räume für Träume. Schmuck wie dieser wird seit über 85 Jahren bei Hübner hergestellt. Im September wurde der neue Laden eingeweiht, der den klassischen Werksverkauf ablöst. Neben selbstgenähten Taschen und Geschenkartikeln wird hier vor allem Schmuck angeboten. Für das Design ist Karin Hübner-Klinger zuständig. Die gelernte Goldschmiedin hat im Familienbetrieb schon früh den Bereich Modeschmuck übernommen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor allem nicht die aus Fernost. Das merkt man sehr. Also wir müssen schon sehr kämpfen, dass wir mithalten können. Wir müssen immer was Besonderes machen, uns immer wieder was Neues einfallen lassen. Und auch teilweise wirklich knapp kalkulieren, dass wir große Mengen verkaufen. Das Werkzeug für die Modeschmuckperlen wird in der hauseigenen Werkstatt hergestellt. Nebenan in der Spritzgießerei werden die Rohperlen aus Kunststoff gegossen. Momentan sind es Halstuchringe. Je nach Modetrend werden die Kunststoffteile noch bearbeitet, zum Beispiel eingefärbt. Die Perlen, die farbig werden sollen, kommen alle gemeinsam in einen Korb. Je länger der in der Farbe bleibt, desto intensiver wird das Ergebnis. Für Fekis reicht ein kurzes Bad, dann geht es schon zum Spülen. Je nach Oberfläche hat die Perle die Farbe unterschiedlich aufgenommen. In der Werkstatt, direkt neben dem Laden, werden die einzelnen Perlen begutachtet, für das Auffädeln vorbereitet oder auch scharfe Kanten abgeknipst. Die Ketten selbst werden in Handarbeit von rund zwölf Heimarbeitern produziert. Dafür lagern unzählige Perlen in den Regalen. Teilweise wurden die Formen noch vom Firmengründer entwickelt. Herr Hübner, wo liegen denn die Ursprünge Ihres Unternehmens? Ja, die Ursprünge liegen wie bei vielen Gablonzer Unternehmen natürlich in Gablonz und damit auch im Modeschmuck. Zu Beginn aus Glas hat man aber sehr früh schon mit Kunststoffen gearbeitet. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich eben der Großvater hier in Markduberdorf wieder angesiedelt. Und man hat dann gesucht nach einer Möglichkeit, dem Kunststoffmodeschmuck eine neue Optik, eine neue Haptik zu geben. Mein Vater hatte diese Idee aus den USA mitgebracht und somit sind wir, um den Modeschmuck abzurunden, auf die Idee gekommen, Kunststoff zu galvanisieren. Mit diesem Verfahren waren wir in Markduberdorf, in Deutschland, die erste Kunststoffgalvanik, die dieses Verfahren betrieben hat. Egal ob Modeschmuck oder technisches Gerät, am Anfang steht die Planung. In diesem Fall für einen Teil eines Kopfhörers. Nach dieser 3D-Kundenvorgabe fräst die Anlage das Werkzeug, mit dem später der Kopfhörer geformt wird. Heutzutage geht das alles computergesteuert. Diese Spritzgussanlage für die technischen Formteile arbeitet seit 15 Jahren im Dreischichtbetrieb. Aufgrund der Auftragslage wird seit einigen Monaten auch samstags produziert. Mit einer Schließkraft von 350 Tonnen wird hier gerade die Betätigungsplatte für eine Toilettenspülung geformt. Rund 70 Prozent der Aufträge bei Hübner kommen aus dem Bereich Sanitär, 25 Prozent aus der Automobilbranche. Inzwischen produzieren wir etwa 95 Prozent technische Teile, wie gesagt für die Sanitär- oder Automobilindustrie. Und etwa 5 Prozent macht der Modeschmuck noch aus. Das heißt ja, die Krise in der Automobilbranche ist überstanden. Welche Auswirkungen hatte sie aber auf ihr Unternehmen? Nur bedingt. Natürlich haben wir das Jahr 2009 recht stark gemerkt. Aber gerade die Automobilteile waren für uns Neuland und somit ist aus einem zwar schrumpfenden Markt damals für uns ein Wachstumsmarkt entstanden. Und das hat sich sehr gut entwickelt für unsere Verhältnisse. Jede Art von Kunststoffrohling hat ihr eigenes Gestell, damit beim Galvanisieren nichts verrutscht. Anschließend beginnt die Reise. Die erste Station ist die Beize mit Schwefelsäure. Anschließend wird der Kunststoff in einem Palladium-Bad leitfähig gemacht. Circa 80 einzelne Bäder durchläuft jedes Gestell. Die Dauer variiert je nach Flüssigkeit und Metall. Das hat auch immer wieder Auswirkungen auf die Farbe der Formteile. Die Betätigungsplatten für Toilettenspülungen sind gerade in den Kupferbecken unterwegs. Anschließend folgt ein Nickelbad und abschließend die Chromschicht. Rund drei Stunden braucht ein Gestell, bis die Kunststoffteile galvanisiert sind. Je nachdem, wie viele Schichten aufgetragen werden. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen grundlegenden Schichtaufbauten. Einmal ist es für die Sanitärindustrie, wird nur verkupfert, vernickelt, verkromt. Und für Automotiv ist es teilweise sogar noch mikroporiges Nickel, da man ja bei Automotivteilen eben korrosionsbeständige Schichten braucht. Bei der Galvanisierung kommen auch giftige Stoffe zum Einsatz. Deshalb werden immer wieder Proben aus der Abwasseraufbereitungsanlage untersucht. Der Indikator lässt den pH-Wert reagieren. Mit dieser Probe ist alles in Ordnung. Die Bereiche Qualitätskontrolle, Montage und Verpackung sind das Reich von Christan Hübner. Die 74-Jährige ist seit 50 Jahren im Familienbetrieb tätig und koordiniert die Mitarbeiter dieser Abteilung. Mehrere Arbeitsschritte auf einmal zu erledigen, geht ihnen ganz leicht von der Hand. Neben der Qualitätskontrolle findet an dieser Station zum Beispiel auch das Lasern mit dem Firmennamen eines Auftraggebers statt. 800 Quadratmeter stehen der Abteilung Montage und Verpackung zur Verfügung. Die neueste Anschaffung, ein Roboter, der fertige Verpackungen vollautomatisch bündelt. Das Bestücken der Kartons erfolgt manuell, momentan mit Betätigungsplatten für Toilettenspülungen. Sind zehn Verpackungen beisammen, geht es per Greifarm zur nächsten Maschine. Da gibt es eine Banderole, die das Zehnerbündel zusammenhält. Mit einem Etikett versehen sind die Betätigungsplatten bereit für den Versand. Unsere Hauptkunden liegen natürlich hier im Umfeld Süddeutschland, Österreich, Schweiz. Norditalien, ein bisschen Slowenien. Aber wir haben natürlich auch ein paar Kunden in den USA, in Malaysia, Thailand. Also wir agieren letztendlich fast weltweit. Und wie sieht die Zukunft aus von Hübner? Ja, wir versuchen immer nur einen Schritt nach dem anderen zu tun und das Wachstum nicht zu übertreiben. Nur ein gesundes Wachstum bringt jeden weiter und somit muss man schauen, was eben die Zukunft bringt. Und Sie können zukünftig beim Toilettenbesuch davon ausgehen, dass der Spülknopf made in Magdoberdorf ist. Und jetzt zum TV Allgäu Adventskalender. Gestern gab es ja einen Gutschein von Juwelierbosse in Füssen zu gewinnen. Den Gutschein im Wert von 50 Euro hat Gabi Kubitschek aus Durach gewonnen. Wir gratulieren herzlich. Natürlich gibt es auch heute wieder etwas zu gewinnen und deshalb öffnen wir schnell das nächste Türchen. Hinter unserem Adventskalender-Türchen verbirgt sich heute ein Gutschein im Wert von 50 Euro für Royal-Less-Spielwaren im Kaufbeuern. Der Gewinner wird unter allen Anrufern ausgelost, die bis Mitternacht auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Den erreichen Sie unter 0831 2065713. Der Gewinner wird morgen Abend hier in der Sendung genannt. Viel Glück! Ja und zum Abschluss der Dienstagssendung präsentieren wir Ihnen auch heute wieder ein Gedicht. Diesmal kommt es von Helmut Sirch aus dem Unterallgäu. Vorher darf ich mich noch von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Für Gott! Es ist mehr so weit. Es ist mehr die Jahreszeit, wo es kein großes Sturm anregen oder auch ein neues Schnee geben. Wo die Leute noch durcheinander springen und sich beinahe noch trennen, weil sie kaum verkommen können. Es ist mehr so weit. 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 Es ist mehr so weit.